Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video und zwar heute nicht mit einem Coin, sondern wir schauen uns zwei Coins genauer an. Und zwar handelt es sich einerseits um Loop Network und andererseits um Casper. Momentan in aller Munde könnt ihr momentan bei Maxi und ich glaube noch bei ein paar anderen Exchanges kaufen. Habe ich auch schon vor ein paar Wochen oder Monaten bzw. schon mal vorgestellt, deswegen blicken wir jetzt heute mal ein bisschen genauer drauf. Es wurde sich sehr, sehr oft von der Community komischerweise gewünscht, aber gut, ich entspreche der Community und sage, okay, wir gucken uns die Coins mal ein bisschen genauer an. Wohin könnte die Reise denn gehen? Doch bevor wir starten, wie immer, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und natürlich in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Link ist unten in der Videobeschreibung, also wenn ihr Bock habt auf noch mehr Content, kommt da gerne rein. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Loop Network. Loop Network habe ich glaube ich vorgestellt, es war ziemlich, also es ist schon Monate her, da hatte der Coin glaube ich noch nicht mal eine Million Market Cap oder sowas. Mittlerweile sind wir hier, wenn wir das mal bei Coin Market Cap angucken, sind wir hier bei 23 Millionen Market Cap. Also wir haben hier mittlerweile schon bzw. ich schon 10x hingelegt und ich glaube die meisten auch hier 8 bis 9x mittlerweile, also knapp so bei 1 Million, 2 Millionen habe ich den Coin damals vorgestellt. Und die Rally geht einfach immer weiter. Wir schauen uns das mal an, hier unten war glaube ich so unsere Kaufzone, dann kam schon die erste Rally, ein bisschen Konsolidierung und jetzt eben der nächste Pump. Hat natürlich damit auch zu tun, es kam jetzt ein bisschen Hype auf. Loop, um das mal ein bisschen vorzustellen, ist für mich so ein bisschen persönlich, der Solana Killer hat auch eine eigene Dex. Den Coin kann man leider noch nicht, sag ich mal, auf Exchanges, sag ich mal kaufen. Wird aber jetzt dann denke ich auch mal gegebenenfalls irgendwann Zeit. Das ist dann der nächste Low Cap, den ich auf jeden Fall ins Visier nehme. Auf jeden Fall so ein bisschen Solana Killer hat deutlich oder sind deutlich mehr Transaktionen hier möglich bei Loop Network. Und wie gesagt, wir sprechen hier immer noch von einem Low Cap von gerade mal 23 Millionen Market Cap. Und der Kurs kennt momentan nur eine Richtung. Mit was hat das zu tun? Wir ziehen uns mal das FIP von diesem Korrekturlevel und schauen uns das einfach mal an. Wir sind genau obens ans 3.618er rangekommen. Das war auch das Ziel. Ihr seht jetzt hier, diese Preismarke, die haben wir im Livestream mal angesprochen, deswegen wollte ich das jetzt nochmal als extra Video machen. Haben wir genau erreicht, das 3.618er und von hier aus sehe ich jetzt erst einmal zumindest kurzfristig so ein kleines Korrekturpotenzial. Für alle, die das interessiert, die hier eventuell nochmal long einsteigen bzw. den Spot einkaufen möchten. Wie gesagt, wir können mal ganz kurz gucken, wo man denn mittlerweile alles kaufen kann. Also natürlich Maxi BitMart. Ich würde euch da aber ganz ehrlich eher Maxi empfehlen. Mit der meisten Liquidität sieht man auch hier vom Volumen. Das meiste verläuft hier eben auf Maxi. Da habt ihr ein bisschen mehr Sicherheit. Auf jeden Fall habe ich jetzt mal das FIP-Level gezogen von dem ganz Pump, was wir jetzt zuletzt hatten. Natürlich Hype-getrieben auch ein bisschen. Sehe ich dann hier das Golden Pocket bei ungefähr 0,07, also bei 7 Dollar Cent nächste Einstiegepotenzial hier nochmal ein bisschen nachzukaufen. Ansonsten, wenn wir uns jetzt mal so ein bisschen die Vergangenheit reingucken, vor allem dieses Level wird hier interessant. Das habe ich hier schon mal angedeutet, das 0,786er bei den 5 US-Dollar Cent. Das heißt eine Korrektur von 50 Prozent. Bei einem Low Cap ist aber auch ganz ehrlich bei anderen Altcoins nicht gerade unwahrscheinlich. Nur muss man hier verdammt aufpassen. Weil so Korrekturen, es heißt nicht, dass dieser Coin korrigieren muss, wenn das Projekt immer, immer weiterläuft und dann auch noch gut weiterläuft, so wie es momentan bei Loop Network eben läuft, muss hier auch nicht unbedingt eine Korrektur reingehen. Wir sprechen hier aber wie gesagt von 20 Millionen Market Cap. Das heißt, das Ding kann in einem potenziellen Bullrun locker, wenn es als Solana-Killer gesehen wird, können wir hier immer noch 500x sehen. Das muss man sich aber auf der Zunge zergehen lassen, was ich jetzt erstmal nicht glaube. Also ich kann hier immer noch gut vorstellen, dass wir zumindest mal die 100 Millionen Market Cap demnächst erreichen. Es werden immer noch ein 5x. Aber wie gesagt, es ist hier ein Low Cap. Man muss hier extrem aufpassen, dass man hier nicht All-In reingeht. Ihr kennt meine Herangehensweise. Ich gehe hier immer mit einem gewissen, also außerhalb vom Portfolio sind es 5 Prozent, die ich hier in so Zockerprojekte oder in so Low Caps reingehe. Man muss aber auch dazu sagen, ich bin mittlerweile hier schon mit deutlichen Profiten rausgegangen, in Anführungszeichen, habe mir Profite gesichert, bin jetzt aber immer noch drin, warte jetzt aber auch hier erstmal auf ein Retracement, um möglicherweise hier wieder ein bisschen einzusteigen. Wie gesagt, da eignet sich hier das Level um das 0618er und das 0786er FIP-Level von dieser gesamten Aufwärtsbewegung. In den kleineren Timeframes macht es, glaube ich, momentan ein bisschen weniger Sinn. Klar, wir haben Bearish Divergence, wir haben aber abnormal viel Volumen, was hier auch zuletzt reingekommen ist. Überlegt man, der ganze Pump hier, der davor war, hat eigentlich wenig zu tun damit gehabt, mit dem Volumen, was wir jetzt momentan im Markt drin sind. Also das heißt, es ist immer mehr auf dem Schirm, das Risiko hier irgendwie long oder so mäßig zu traden, würde ich euch einfach nicht empfehlen. Das ist für mich reine Spot- und HODL-Strategie, die ich hier ein bisschen erkläre. Wie gesagt, Golden Pocket und das 0786er FIP-Level. So, und dann kommen wir zum zweiten No-Brainer momentan und das ist Kass. Kass extrem die letzten Monate oder auch Wochen gepumpt. Auch diesen Coin habe ich, oder diesen Altcoin, oder dieses Projekt, je nachdem wie ihr es nennen wollt, habe ich schon des Öfteren mal immer mal wieder erwähnt. Habe es auch gesagt, okay, kauft es und ich bin damals hier bei den 0,004 US-Dollar Cent reingestiegen. Wo es direkt bei Maxi gelistet wurde, war dann kurzzeitig ein Minus, das war dann hier dieser Zeitraum. Habe dann nochmal ein bisschen nachakkumuliert und habe es dann aber auch hier in dieser Area hier unten vorgestellt. Also wo es dann auf Maxi gelistet wurde, das heißt auch hier sind wir schon mit 5x oder knapp 5x mittlerweile gut dabei. Jetzt habe ich auch hier mal das FIP-Level ganz einfach gezogen vom letzten Korrektur-Level. Bis zum jetzt sind wir auch genau jetzt hier beim 361-8er. Jetzt wurde auch bekannt, dass immer mehr Börsen es listen. Auch hier blicken wir mal ganz kurz auf Coin-Market-Cap. Low-Cap ist es schon lange nicht mehr. Wir sind hier schon bei mittlerweile 400 Millionen Market-Cap angelangt. Insgesamt 661, also wir sind hier schon auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Wird aber auch immer mehr gelistet. Man muss hier verstehen, Casper wird so ein bisschen als das Silber im Kryptospace bezeichnet. Warum? Weil Casper die gleichen Eigenschaften hat wie Bitcoin. Es gibt zwar mehr Cas-Token. Man sieht es auch hier viel, viel mehr als Bitcoin mit den 21 Millionen. Hier gibt es einfach deutlich, deutlich mehr. Ich glaube 21 Milliarden, also auf jeden Fall viel, viel mehr. Und deswegen wird es so ein bisschen als Silber bezeichnet. Die Transaktionsgeschwindigkeit hier exorbitant schnell. Man hat alle Vorzüge von Bitcoin und man hat aber auch hier Transaktionen, die dauern im Sekundentakt. Natürlich vom Börsendauer dauert das länger. Das hat aber an der ganzen Börsenstruktur zu tun. Aber das Casper-Netzwerk ist mit eines der flottesten, was ich so gesehen habe. Wenn ihr da noch mehr Infos immer wollt, schaut auch gerne mal bei Stefan von der Kryptoeule vorbei. Der erklärt das auch sehr, sehr gut. Und durch den bin ich auch damals auf das Projekt aufmerksam geworden. Mittlerweile echt sehr viele Listings hier. Wir haben Gate.io, wobei ich das auch nicht mal so als Top-Börse bezeichnen würde. Maxi. Und was ich so ein bisschen mitbekommen habe, auf BingX soll es früher oder später auch der Fall sein. Also sehr, sehr interessanter Coiner. Natürlich hat man hier schon eine sehr, sehr große Market Cap. Es wird aber, es laufen immer mehr Nodes drauf. Es läuft alles, das Projekt schreitet immer weiter voran. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Man braucht auch hier kein Layer 2 oder Sonstiges. Es kann alles in die Blockchain integriert werden, was mir sehr, sehr gut gefällt. Also das ist für mich trotzdem ein Langzeitprojekt. Low Cap kann man leider nicht mehr dazu sagen. Und wir sind jetzt auch hier schon an einem sehr, sehr hohen Punkt angelangt, meines Erachtens nach. Das 3618 ist halt so immer dieses Over, wie kann man das sagen, ist ein bisschen überschossen, sage ich mal, die letzten Wochen. Und jetzt so eine Korrektur würde meines Erachtens nach nur Sinn ergeben für mich. So, das heißt, wie gehe ich jetzt hier erstmal weiter vor? Ich werde mir jetzt auf jeden Fall Profite sichern. Das heißt, ich bin ja hier mittlerweile schon mit 100% raus. Das heißt, mein Einstieg müsste dann auch hier bei, jetzt mal grob gesagt, 8 Dollar Cent sein. Und das ist auch hier momentan, wenn wir uns jetzt mal als FIP-Level ziehen, von der gesamten Aufwärtsbewegung, schauen wir uns das mal ganz kurz an, bis zum jetzigen Punkt, wäre 0,11 das Golden Pocket. Und da, wo ich jetzt sagen würde, okay, hier würde ich nochmal größer akkumulieren, wäre hier unten zwischen 0,786er und dem Golden Pocket. Also das heißt, ich erwarte hier erstmal eine größere Korrektur, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Auch wenn jetzt immer mehr Listings oder sowas kommt, früher oder später muss das Ding korrigieren. Und dann bieten sich solche Einstiege natürlich an. Auch hier sprechen wir natürlich, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, von 50 bis 63%. Das heißt, wenn euch das ein bisschen zu viel ist und ihr sagt, ich will aber jetzt möglicherweise schon einsteigen, dann setzt euch das ein bisschen in Etappen. Das heißt vielleicht jetzt ein bisschen, auch wenn wir hier komplett pumpen oder bei der nächsten Korrektur und dann immer so ein paar Einstiege, weil Kass ist noch ziemlich unbekannt, meines Erachtens nach. Also es spricht noch kaum jemand drüber. Wir sind, glaube ich, bei CoinMarketCap irgendwo Platz 230 oder 400 erst. Können wir mal ganz kurz gucken, wenn wir jetzt schon dabei sind, steht das hier irgendwo. Ja, Rank 215. Also es kommt so langsam immer mehr in Gefilde. Und man sieht schon von der MarketCap, es ballert ganz schön hoch mittlerweile. Also wenn dann vorsichtig einsteigen. Ich würde jetzt ganz ehrlich momentan eher davon abraten, jetzt in solche Pumps einzusteigen, auch wenn das Volumen phänomenal hoch ist momentan und dann erst bei der nächsten Korrektur. Aber es sind momentan Loop und Kass, sind momentan einfach die No-Brainer, auch in meinem Portfolio, muss ich so sagen. Performen teilweise schon die Altcoins aus, die ich normal in meinem Portfolio habe. Aber wie gesagt, weiterhin vorsichtig sein, vor allem in solchen Pumps immer. Aber momentan sieht das alles noch sehr, sehr gesund aus, vom Volumen, von allem, vom Listing und sowas. Und wie gesagt, das Silber von Bitcoin oder der ganzen Kryptobranche kann ich mir sehr, sehr gut bei Kass sogar vorstellen. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Stellt euch gerne mal eure Meinung. Habt ihr das mittlerweile im Portfolio drin? Habt ihr es nicht im Portfolio? Warum habt ihr es nicht im Portfolio? Ist es euch vielleicht unbekannt? Schreibt es gerne mal unten in die Kommentare rein. Wenn ihr noch mehr Low-Cap-Vorstellungen möchtet, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ihr wisst, ich stelle da immer mal gerne ein paar vor oder erwähne die in ein paar Videos. Auch sowas wie Rio oder so habe ich schon des Öfteren erwähnt. Kann ich auch mal gerne ein Video darüber machen. Aber gerne in die Kommentare reinschreiben. Ich würde sagen, das war es von mir. Wie gesagt, vorsichtig sein. Trotzdem, Einstiegslevel habe ich jetzt erst einmal genannt, falls ein Rücksetzer kommen sollte. Und ja, für mich auf jeden Fall zukunftsprestigeträchtige Projekte, wenn man das mal ganz ehrlich so sagen darf. Gut, dann war es das von meiner Seite. Ich würde sagen, wir hören uns zum nächsten Video wieder. Bis dahin, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay tuned.